Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLYFE Video. Ich wollte es eigentlich schon gestern machen, aber ich hatte leider keine Zeit. Deswegen heute noch kurz, bevor das Update tatsächlich aufgespielt wird, ein kurzes Video zu V22, vorläufige Update-Informationen und ein kleiner Sneak-Peak auf ein vielleicht kommendes Event, auf das ihr euch schon mal hypen könntet vielleicht, beziehungsweise kann der ein oder andere hier schon mal ein paar Vorbereitungen treffen für morgen oder sich mental darauf einstellen oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt das V22-Update jetzt morgen auch für uns, eine Woche nachdem es in Korea gelauncht ist, also bei uns am 28. in Korea, am 21.04. Und das Maximalle wird erhöht und die meisten Informationen, die jetzt hier stehen, kennen wir eh schon. Es ist auch nicht wirklich sehr detailliert. Also hier steht tatsächlich, heute kündigen wir die Details für das Update an, aber es ist eigentlich nicht sehr detailliert. 170, 190 Level-Erweiterung, neue Ausrüstungssets, aber die Effekte stehen hier zum Beispiel nicht, also das ist nicht sehr detailliert. Und neuer Dungeon, schwebendes Schloss B1 beim Namen. Also ich hoffe, das B1 gehört nicht tatsächlich zum Namen, also ich hoffe, der Dungeon heißt wirklich schwebendes Schloss und B1 bedeutet einfach nur Ebene 1, so wie Tower B1 zum Beispiel. Weil in der Reonan-Quest, die auch schon geleakt wurde, sagt Reonan ja quasi, wir können erstmal nur in den Keller gehen, also B1. Und das obere, die Treppe ist irgendwie verschlossen und er muss ein paar Leute holen, damit sie die Treppe feierräumen können, so ungefähr. Das heißt B2 vermutlich. Ist halt noch nicht freigeschaltet sozusagen, deswegen B1. Aber ich hoffe halt, dass der Dungeon selbst nicht schwebendes Schloss B1 heißen würde, weil... Ja, das klingt einfach nur so dämlich. Aber das denke ich nicht, aber so steht es jetzt halt... So steht es jetzt irgendwie da, deswegen, ja. Ja, genau, befindet sich zwischen Darkon 1 und 2 und Shadow War. Einfach links von Dramnok wäre eine definitiv leichtere oder detailliertere Beschreibung gewesen. Man kann es durch Item Premium Teleport Map erreichen und durch Blinkwing des Schwebendes Schlosses und durch Hinfliegen, vermute ich jetzt mal, frech. Und vorher muss man eben die Szenario-Quest, die man bei Reonan machen kann, betreten werden. Soweit nur die Quest abgeschossen hat, kann man den Dungeon frei betreten, indem man mit dem NPC schwebendes Schlossverwalter vor dem schwebenden Schloss spricht. Und dann auch wieder der neue Dungeon schwebendes Schloss B1 ist verflucht. Ihr befindet euch darin in absoluter Dunkelheit und euer Schaden an den Monstern ist verringert. Wenn ein Charakter unter Level 170 den Dungeon betritt, werden die XP und die Droprate des Charakters verringert. Die Einschränkungen des Sichtfelds und die verringerte XP-Droprate können durch das Item strahlender Segen aufgehoben werden. Dieses neue Buff-Item gibt es durch eine tägliche Quest oder kann als Premium-Item im Itemshop erworben werden. Neue Ancient Rune und Piercing-Karten zugefügt. Neue Kartenstufen, 18%-Karten und SR-Great-Karten werden zusammen mit einem Enhanced Ancient Rune-Item hinzugefügt. Die Baruna-Waffen mächtige Werte hinzufügen können, 18%-Karten können nur auf Baruna-Rüstung angewendet werden. Und SR-Great-Karts können nur auf Nicht-Baruna-Great-Waffen angewendet werden. Also hier nochmal die Bestätigung. Es gibt keine Baruna-Sockel und die Runen ersetzen quasi die Baruna-Sockel. Es gibt zusätzlich eine geringe Chance, Enhanced Ancient Rune-Piece und Card-Piece durch das Besiegen von Monstern im Schweben des Schloss B1 zu erhalten. Und ihr könnt eine bestimmte Anzahl dieser Items sammeln und sie gegen Unconfirmed Ancient Rune und Unconfirmed Piercing-Kart-Items beim NPC Reonan und Schwebendes Schlossverwalter eintauschen. Wenn ihr die eingetauschten Items benutzt, könnt ihr Enhanced Ancient Rune- und komplette SR-18%-Karten-Items oder Teilstücke der Items per Zufuhrprinzip erhalten. Das V22-Schwebendes Schloss-Update geht am 28. April 2022 live. Mehr Details und andere Informationen werden nach der Erwartung am 28. April angekündigt. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit 22. sagen will. Ähm, ja, hier haben sie Copy-Paste wahrscheinlich ein bisschen mit dem Englischen vergessen. Wir hoffen, ihr freut euch auf das neue Update und wir werden unser Bestes geben, um für euch noch, äh, um für noch mehr Inhalte zu sorgen. Ja, so viele Details waren es jetzt ja leider noch nicht. Ähm, morgen geht die Serverwartung von 9 bis 14 Uhr, insgesamt 5 Stunden. Und danach werden noch mehr detaillierte Patch-Notes gepostet. Also mal gucken, wie viel da dann tatsächlich drinsteht. Und außerdem V22-Update und V22-Update-bezogene Events, vermute ich mal. Und das wird alles nach der Serverwartung bekannt gegeben. Um welche Events es sich dabei handeln könnte, ist hier einmal ein etwas verwirrendes Event vom koreanischen Server. Und zwar läuft da gerade ein Doppel-XP-Event an Wochentagen. Doppel-XP und Drop. Und am Wochenende ist immer Vierfach-XP und Drop. Jetzt steht hier unten aber zum Beispiel, die Drop-Rate für dieses Event wird nicht separat erhöht. Wobei das hier, glaube ich, sich einfach generell darauf bezieht, dass ein Item an für sich, ähm, also vermutlich, dass es sich nur um die Grund-Drop-Rate handelt und nicht die Drop, also sowas vermutlich in der Richtung. Und dann ist es aber ein bisschen komisch, und das Dreifache-Drop-Event wird an Wochenenden eingewendet. Also Drop könnte dann vielleicht doch nur Dreifache am Wochenende sein. Das ist ein bisschen widersprüchlich, aber wie gesagt, die koreanische Versetzung ist immer so ein bisschen weird. Wie genau das Event aussieht, ist aber vollkommen egal, weil es ist ja erstens nicht garantiert, dass es auch so zu uns kommt. Und zweitens ist vor allem der Zeitraum ziemlich absurd. 22. April bis 8. Mai. Also es sind nicht ganz drei Wochen, aber es sind auf jeden Fall drei Wochenenden. Und ja, wenn das so zu uns kommen würde, wäre es schon echt geisteskrank. Also zwei Wochen wäre schon heftig, weil bei uns gehen die Wochenende-Events ja immer von Freitag bis Montag. Das heißt, wir hätten quasi vier Tage Wochenende, drei Tage Wochentage. Das heißt, wir hätten einfach zwölf Tage, also wenn es bei uns auch drei Wochenenden gehen würde, hätten wir zwölf Tage 4xp-Event plus sechs Tage 2xp-Event. Also einfach nur komplett absurd. Das wäre echt heftig. Und natürlich Drop-Event, aber für mich momentan spielt das 6p-Event eine größere Rolle. Aber dafür mal grundsätzlich so diese Info. Und dann haben sie jetzt noch eine Serverwartung auch gehabt am 27. Zumindest haben sie es schon gepostet. Und hier ist es anscheinend so, die haben für die neuen Benutzer eine Aidens-Jar und Aidens-Syssa anscheinend auf dem koreanischen Server gehabt. Und die werden jetzt durch Aidens-Gift ersetzt. Und das hat jetzt für uns wahrscheinlich keine so wirkliche Auswirkungen. Aber ich fand das trotzdem ganz interessant, weil es könnte vielleicht sein, dass es trotzdem auch zu uns kommt. Weil, ja, wäre auf jeden Fall nice, wenn man dann in der Anfänger-Helfer-Support-Box noch mehr Sachen drin hätte. Also da haben sie ja unten noch geschrieben, es wird zusätzlich noch die Möglichkeit geben, ah ne, hier steht es, ein Menü hinzugefügt, das es ihnen ermöglicht, Runenfragment-Gegenstände einzutauschen, die sie im Keller der schwebenden Festung durch den Reonan-NPC erhalten haben. Also anscheinend gab es dieses Menü vorher nicht. Das haben sie anscheinend vergessen, aber das wird es dann bei uns wahrscheinlich auch sofort geben. Also wie gesagt, für uns ist es nicht so relevant, aber wenn man schon mal auf der Website ist, kann man das ja mit zumindest erwähnen. Aber wie gesagt, dieses Event, was hier eben angesprochen wird, wird höchstwahrscheinlich einfach ein XP- und Drop-Event sein. Vermutlich ein recht langes, aber die Hoffnung ist natürlich, dass es noch ein bisschen mehr kommt. Aber ein normales Farm- oder Drop-Event startet auf dem koreanischen Server heute nicht, also beziehungsweise morgen am Donnerstag. Das heißt, bei uns kommt sehr wahrscheinlich auch kein Farm-Event. Also deswegen ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich ziemlich hoch, dass wir das hier kriegen. Zumindest so oder so ähnlich. Und das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, weitere Infos gibt es leider noch nicht, beziehungsweise kennen wir die Infos eigentlich schon, deswegen brauchen wir sie eigentlich gar nicht unbedingt. Aber die offizielle Bestätigung, dass das, was wir vom koreanischen Server gesehen haben, auch wirklich alles so zu uns kommt, ist natürlich trotzdem immer das, was man dann noch mal ein bisschen sehen will. Und ja, außerdem die ganzen deutschen Namen von den Sachen und so, sind ja auch interessant, wie das Zeug dann eigentlich bei uns heißt, weil die Übersetzungen da ja auch, naja, noch nicht alle eben auf deutsches FLYV angepasst wurden. Und damit danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich freue mich auf morgen. Wir sehen uns. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.